Das war das Intro zu einem Rückwärts-Sprecherisierungs-Video von Oddu. Ich bin Oddu. Hallo. Ey, Toni, ne? Richard Billard soll ja rückwärts versprochen werden. Ne? Richard Billard. Toni. Tralip. Trachir. Inut. Das kann man natürlich auch alles noch viel verschnellter machen, ne? Ich mach das ja hier in the brain. Not reading. Not reading from the papier. Ne? Ne? Hier in the brain. In Kopf. Äh, aber will ich's gar nicht. Ihr müsst ja ein bisschen nachvollziehen können, ey, ne? Schlaft gut. Ja? Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.